...solo per prepararli meglio a questo evento. Sono Pulevri che hanno passato un'estate in mezzo alpecavalli, su montagna e sono tornati poche settimane fa. Die Reihe geht natürlich weiter und wir kommen natürlich immer weiter fortan im Katalog und sind inzwischen auf Katalog Nummer 55 angekommen. Hier haben wir ein weiteres Folgen aus dem Einzugsgebiet des Meranzner Zuchtvereines aus Meranzen. Kök Norbert ist der Besitzer, der Züchter dieses Nalisto-Nachkommens, geboren am 21.03. Sie wurde gezogen aus der Amsterdam-Tochter Frenzi. Über Flyer, eine Zuchtstute, die aus Deutschland hinzugekommen ist. Auch die Frenzi selbst, eine in Deutschland geborene, registrierte Zuchtstute. Nalisto haben wir heute mehrfach schon erwähnt, mehrfach vorgestellt. Diesen doch sehr starken Litz Nicorason aus der Ilena W. und hier haben wir ein weiteres Folgen, die Freuer HK. Das ist natürlich immer ein Kürzel, ein Kürzel für die Herkunft, für die Zuchtstätte. Bitte sehr, im Schritt. Siamo arrivati al numero di catalogo 55 e ci viene presentata la Freuer, una figlia di Annalisto di Frenzi, da Amsterdam e Flyer. E anche questa puletra vi presentiamo all'asta. Sarà possibile acquistarla tramite l'asta online, che avrà inizio stasera alle ore 18.